Wenn meine letzte Schminkroutine so alt ist, dachte ich, ich gebe euch mal ein Update. Ich fange an mit Foundation. Ja, ich benutze keinen Primer. Und ich trage meine Foundation mit einem Pinsel auf. Bitte jetzt nicht erschrecken. Ich weiß, dass ich sehr viel benutze, aber ich verteile es auch alles im Gesicht. Danach geht es auch schon weiter mit Concealer. Ich benutze die hellste Farbe, die es gibt. Dann verteile ich das auch wieder mit meinem Pinsel. Der nächste Schritt ist extrem wichtig für mich. Und zwar benutze ich Fixing Puder. Ohne dieses Puder würde mein Make-up so scheiße aussehen. Also das ist wirklich das Wichtigste. Als nächstes kommen die Augenbrauen. Ja, die male ich einfach an. Und danach benutze ich so einen Kleber, der meine Augenbrauen fixiert, weil meine Augenbrauenhaare extrem lang sind. Damit die den ganzen Tag so halten. Dann kommt auch schon Lidschatten. Ich benutze diese zwei Brauntöne schon seit Monaten, jeden Tag. Finde ich mega schick. Guck mal, das kann man einfach zu allem anziehen, diese Brauntöne. Und dann sind mir meine Pinsel runtergefallen. Ich hasse mich. Als nächstes benutze ich so einen hellen Ton. Der kommt dann unter den Brauntonen an den Cutgrease. Und zum Schluss kommt noch Highlighter. Teil 2 kommt.